Jo, freien Herzlich Willkommen auf dem Kanal APA Lente und heute zu einem etwas anderen Video und zwar spiele ich für TheCamanCraft 5th of Freddy's Counter-Strike, sondern wohl eines der besten Spiele, die ich je gefunden habe, die ich je spielen werde, es ist das Game of the Year und ich glaube es ist in seiner Art recht eigen, aber im Punkt Sound Design, generell Level Design und allem drum und dran ist es glaube ich unübertroffen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum MLG Simulator. A Game by Andy Sun. Respondelt by Montage Parry Greenscreen Clips. Game of the Year for 20 Blazid vs. XXImmolivinatXXX. Game of the Year for 20 Blazid vs. XXImmolivinatXXXX XBox. Don't forget to drink Mountain Dew and eat Doritos along the way and buy our new product Doritos you will enjoy it Doritos The future of MLG is counting on you YOLO Okay, haben wir nice auf jeden Fall Loading Oh shit Oh shit, oh die Steuerung, what the fuck Okay, für alle, die nicht wissen, was das hier mit auf sich hat, warum das Spiel so seltsam LOL, das Effekt Warum das Spiel so seltsam ist, gibt einfach mal MLG ein und schaut euch die Clips dort an Da versteht ihr das ganze So, wir haben hier Mountain Dew und Doritos What the fuck, oh ne, wie ist dieses Spiel, ne Wrong Ray, das ist genial Das sind halt alles immer so Insiders, wo ich hier dieses Wow Oder sowas Das sind halt alles MLG Insider Und What the fuck, what the fuck What the fuck Alter What the fuck Was passiert hier What Alter 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 Junge, 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 Junge What the fuck Was passiert hier mit dem Essen? Komm, holen wir HP Gib mir das What the fuck, Alter Alter Alter, du kriegst ja zehnmalen epileptisch, ne Wow Das ist genial, das Spiel, Alter Okay, was ist jetzt? Was ist denn da? Ich muss ein Napi holen Achso, ich bin ein Napi holen Ohne Witz, ne Ohne Witz, ne Ohne Witz, ne Ohne Witz, ne Wer wagt ist hier der Meiji-König anzuschießen, ey? Wow! Wunderwitz! Alter, ne, dieses Spiel? Ja, wunderwitz! Warum spiele ich sowas? WTF? Oh shit, da sind viele, da sind viele Aha! Boah, Alter! Ich steck in der Kiste! Jungen, ist das Spiel komisch, aber irgendwie ist das geil! Was ist das? LOL Boah, Jungen So, ich denk mal, das war's dann mit dem Raum hier So, was haben wir hier? Oh, ich muss das leiser machen, ey! Das wobbelt immer in den Kopf weg, ey! So, wir haben... Komm, geh mal in die AK Uh, goldene AK, lol! Das scheint nach Kriegscopes Also, Left Shrek Swarmed Too spooky for me Oder Dead End Ich go here first Dann gehen wir hier auch first Wenn er das sagt So, Kinder, jetzt wird gekriegscoped No Scope Komm, no Scope Alter, ohne Witz, ne? Alter, schrägt hier rum mehr ohne Witz Okay, ich glaub der Raum war's, das ist was auch mit dem Raum Ja Ich glaub, wenn die Mucke kommt, heißt das, das ist was So, jetzt auch mal richtig schön viel HP mitnehmen Aber wir kriegen nicht mehr als 265 HP Eigentlich müsste ich ja mal einen 360 No Scope hinlegen, einfach weil's cool ist WTF, Alter, Pussy WTF? Hauptsache MEIN Gott, ey, ey, ey Es ist fucking laut, ey, ey So, warte mal hier Gehen wir aus dem Messer So ein Müll, Alter, wundervid Es ist einfach richtig MLG mäßig Oh, jetzt schwankt das Bild auch noch, ey cul- genervt Jeans gerackt, man WTF ist Rapture wieder, ey krank So, oah, haltet, diese, dieses krumm gewackelte, ist so ekelhaft Boah Boah Okay Hier ist nichts mehr Alter kann ja immer Das Video bekifft sein aufhören Oh danke Ich will die Türen nicht öffnen Oh wo hab ich's gewusst Wo hab ich's gewusst Scheiße Ein Kill ist geschwungen Okay Alter Wtf Wtf Ich würde nur sagen Monster Kill oder Alter ist die schlechtesten Effekte Ich glaub die sie gefunden haben Alter 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 Das ist glaub ich das beste Spiel Was ich je gespielt habe Boah Junge Ich bin sprachlos Das ist einfach nur sprachlos Wo ist die Sniper man So Oh Oh Aber er krieg ne Damage man Ich verstehs nicht was da abgeht alter Alter Also finde wir müssen jetzt in die Schreckswamps So So Weiner Oh 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 mein Gott Alter Boah Junge Oh Can du aufhören mich zu Quickscopen hier Microsoft Voice 18000 Ja man Schreck ist live, what the fuck? Because I am wondering the same question too, but if I am killed, then who was foo? Alter Schwede. Ey mein lieber Finn, ey der haut ganz schön rein in das Spiel. Gut, es hat sich einfach geschlossen, ich hoffe ihr hattet viel Spaß mit dem Video, also ich hatte Spaß, auf jeden Fall, sowas krass abgefuckt, das habe ich glaube ich noch nie gespielt. Und wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, der Link ist in der Videobeschreibung und da würde ich mich richtig über die Bewertung freuen, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, so die ganzen neue dazugekommenen. Auf jeden Fall möchte ich mich noch für meine 270 Abonnenten jetzt bedanken und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis zum nächsten Mal, tschüss.